KUTAN-Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN-Immobilien. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 28. Juni 2019, kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, DLRG und Rettungskräften an einem Baggersee in Leimersheim, Landkreis Germersheim, bei dem ein junger Mann tot geborgen wurde. Gesucht wurde mit Tauchern, Rettungsbooten und zum Einsatz kam ebenfalls eine Drohne. Nach Auskunft der Polizei kam der junge Mann durch einen Badeunfall ums Leben. Herzliches Beileid wünscht Metropolregion Rhein-Neckar News den Angehörigen.